Kürzlich war ja die Firma Müllermilch in den Medien, wegen der AfD-Nähe. Insbesondere vom Firmenchef Theo Müller zur Alice Weidel. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, mir mal den Wikipedia-Artikel vorlesen zu lassen. Hochinteressant, wie ich finde. Wikipedia ist ein Quell des Wissens, stelle ich immer wieder fest. Sehr interessant und das Ganze ist wie immer sehr neutral gehalten, so dass ihr mit den Informationen machen könnt, was ihr wollt. Ihr könnt als stramme Patrioten jetzt jeden Tag 10 Flaschen Müllermilch trinken oder ihr könnt die Firma boykottieren oder ihr nehmt es einfach nur zur Kenntnis oder ihr klickt das Video weg. Ich für meinen Teil finde das sehr interessant, wage auch zu bezweifeln, ob das taktisch klug ist, was der Firmenchef da macht. Aber das muss er ja letztendlich selber wissen. Ich fand das Geschäftskonzept bzw. das Gebaren schon immer sehr merkwürdig und forsch. Und die AfD-Nähe bzw. die Nähe zu rechtsradikalen Parteien, die macht es jetzt nicht unbedingt besser. Bildet euch selbst eine Meinung, sämtliche Quellen findet ihr bei Wikipedia in dem entsprechenden Artikel, den ich euch selbstverständlich wie immer in der Beschreibung unten verlinke. Viel Spaß mit dem kurzen Wikipedia-Artikel, der halt auch die Firmengeschichte und andere kritische Dinge Die Unternehmensgruppe Theo Müller SECS UTM ist ein Lebensmittel- und Logistikkonzern mit Sitz in Luxemburg, Stadt und mit weltweit mehr als 32.000 Mitarbeitern. 1971 übernahm Theo Müller die Molkerei seines Vaters im bayerischen Arezried im Landkreis Augsburg, damals mit nur vier Angestellten. Der Konzern ist in den Geschäftsbereichen Molkerei, Fisch und Feinkost, Dressings, Sausen und Dienstleistungen aktiv. Andere Unternehmen der Gruppe stellen Verpackungen hier. Der Logistikbereich inklusive der Fahrzeugtechnik arbeitet überwiegend für Konzerngesellschaften, aber auch für Dritte. Ludwig Müller gründete 1896 in Arezried eine kleine Dorfmolkerei, die sein Sohn Alois Müller 1938 als gelernter Käser weiterführte. 1971 übernahm Theo Müller, der Enkel des Unternehmensgründers, die Leitung des Unternehmens. Er baute die Molkerei mit vier Angestellten zu einer europaweit agierenden Unternehmensgruppe auf. Die Molkerei startete als erste deutsche Molkerei den nationalen Absatz von Milchfrischprodukten. Im Laufe der 1970er Jahre brachte Theo Müller die Müller-Produkte durch bundesweite Werbekampagnen und TV-Spots, zum Beispiel mit dem Fußballspieler Gerd Müller, sowie durch Innovationen ins Gespräch. 1977 betrug der Umsatz 25 Millionen Deutsche Mark. In den 1980er Jahren gründete Müller das Logistikunternehmen Culina und sein eigenes Verpackungsunternehmen Optipac und erhöhte dadurch die Kontrolle über seine Lieferkette. 1992 wurde in Market-Drehton, Mitteln Glant, das erste Werk außerhalb Deutschlands eröffnet. Kurz darauf stieg Müller-Derry zum Marktführer im Joghurtsegment auf. 1994 wurde das Sachsenmilchwerk in Lepersdorf erworben und zur größten und modernsten Molkerei Europas ausgebaut. In Lepersdorf werden pro Jahr mehr als 1,7 Millionen Teemilch verarbeitet. Seit 1995 besitzt die Molkerei Alois Müller eine Vertriebsniederlassung in Verona. 2000 übernahm ein Konsortium unter der Führung der Molkerei Müller die Leitung der zum damaligen Zeitpunkt noch staatlichen Molkerei Weinstephan. Die Unternehmensgruppe Theo Müller GmbH & Co. KG wurde 2003 als Holding der Gruppe gegründet. 2007 investierte die Unternehmensgruppe am Standort Lepersdorf 22 Millionen Euro in den Bau der weltweit ersten Bioethanol-Anlage, die aus dem Molkerest-Produkt Melasse seit 2008 jährlich 10 Millionen Liter des Kraftstoffzusatzes produziert. Im Februar 2008 trat das Unternehmen in den israelischen Markt ein. Neben dem hebräischen Verpackungsauftritt werden die Produkte unter Aufsicht von Rabis nach strengen Superkoscherregeln hergestellt. Produziert werden die Joghurts in Lizenz von Milko Deris, einem Tochterunternehmen der Central Bottling Company Limited, CBC. 2008 wurde in Prag eine eigene Vertriebsgesellschaft gegründet. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die tschechische Molkerei Mlekarna Pragolaktos, eines der größten Molkerei-Unternehmen des Landes mit Sitz in Prag. Ebenfalls 2008 erfolgte in Zusammenarbeit mit der CBC der Markenlunch in Rumänien, im Januar 2009 dann der Markteintritt in Polen. 2011 wurde die Unternehmensgruppe Theo Müller SECS mit Sitz in Luxemburg als Holding gegründet. Heiner Kamps übernahm als CEO die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe. Anfang 2012 übernahm die Unternehmensgruppe Theo Müller den britischen Trinkmilchhersteller Robert Wiesemann Deris. Im Juli des gleichen Jahres trat Müller Quarka Deri, ein Joint Venture mit PepsiCo, mit Müller Corner, Joghurt mit der Ecke, Müller Gregg Corner und Frühtab, Froop, in den US-amerikanischen Markt ein. Knapp ein Jahr später eröffnete im Juni die neu gebaute Molkerei von Müller Quarka Deri in Batavia, NY. Mitte 2012 übernahm der Konzern die Minsterly-Produktionsstätte in Schrobshere. Dort werden gekühlte Desserts der Marke Cadbury hergestellt. Die Müller seit 2004 in Lizenz vertreibt. 2013 folgte die Übernahme der NON Deri UK Limited inklusive des Produktionswerkes in Teelfurt, Schrobshere. Ergänzend zu den milchverarbeitenden Töchtern gehören zur Unternehmensgruppe auch das Verpackungsunternehmen Optipac, die firmeneigenen Logistikunternehmen Culina und Emhage, die Fahrzeugtechnik Arezred und Müller Naturfarm, eines der größten fruchtverarbeitenden Unternehmen in Deutschland. Mit einer Produktion von 110.000 Tonnen pro Jahr ist es die Nummer drei in Europa. 2014 gab Müller die Absicht zur Übernahme der Milchaktivitäten des britischen Molkerei-Unternehmens Deri Crest, Umsatz umgerechnet über eine Milliarde Euro, durch die Tochter Müller UK und ihre Landgrobe bekannt. Müller wurde dadurch zum größten Milchproduzenten auf der britischen Insel. Ende 2015 wurde das Gemeinschaftsunternehmen Müller Quarker Deri wegen Erfolglosigkeit geschlossen, Müller verkaufte seinen Anteil an Deri Farmers of America. Zu Beginn des Jahres 2023 übernahm die UTM das Deutschlandgeschäft von Friesland Campina mit der Marke Landliebe. Außerdem übernahm das Fischverarbeitungsunternehmen Lissner in Posen, das zur UTM gehört, Teile des Geschäfts der Grail-Gruppe. Die Unternehmensgruppe gehört mit einem Umsatz im Molkereibereich von geschätzt rund 4,3 Milliarden Euro, Stand 2021, zu den größten Molkereikonzernen der Welt. Zur Gruppe gehören unter anderem Tochterunternehmen mit eigenständigen Marken wie Müller, Milk & Moor, Sachsenmilch-Milk & Weih-Ingredients, Müller-Urgurt & Desserts, Weinstephan, Sachsenmilch und Kesserei Lusso wie Handelsmarken und Basismilchprodukte wie Butter, Haarmilch, Laktosepulver und Molkenprotein. Neben den milchverarbeitenden Töchtern gehören das Verpackungsunternehmen Optipac, das firmeneigene Logistikunternehmen Culina & Müller Natur Farm zur Gruppe. 2021 verfügte die Unternehmensgruppe weltweit über 19 Produktionsstandorte sowie über Vertriebsniederlassungen in Italien, Irland, den Niederlanden, Rumänien, Tschechien, China und Australien. Darüber hinaus exportiert die Unternehmensgruppe Theo Müller ihre Produkte in über 70 Länder weltweit. Die Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG oder Müller Milch mit Sitz in Arezried bei Augsburg ist das Kernunternehmen der Unternehmensgruppe. Das Sortiment umfasst Milch- und Saumilchprodukte, Milchmischgetränke und Fruchtgetränke. 1990 war unter der Führung der Südmilch AG und aus dem VEB Dresdner Milchwerke die Sachsenmilch AG gegründet worden, deren Leitungsfunktionen weitgehend mit Personen aus dem Südmilchvorstand besetzt wurden. Zum Vorstandsvorsitzenden der Sachsenmilch AG wurde Wolfgang Weber, zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Friedrich Wilhelm Schnitzler gewählt. Jedoch bereits 1991 entstanden finanzielle Probleme bei der Umsetzung des Projekts. Danach wurde die Sachsenmilch AG eine Tochter der Unternehmensgruppe Theo Müller, die unter den Markennamen Sachsenmilch und Käsemeister produziert. 2010 wurde das operative Geschäft auf die Sachsenmilch Lepersdorf GmbH übertragen. Die AG beschränkt sich seither auf die Vermögensverwaltung. Unter der Marke Sachsenmilch wird vor allem Butter, Buttermilch, Haarmilch, Milchpulver und Joghurt hergestellt. Ein Teil der Produktion wird nach Italien exportiert. Seit 1999 stellt das Unternehmen zusätzlich Permeat, Retentat und diverse andere Konzentrate her. Außerdem vertreibt die Sachsenmilch Lepersdorf GmbH Handelswaren wie Speisequark, Schlagsahne, saure Sahne sowie andere Joghurt- und Dessertprodukte. Die ehemals staatliche Molkerei Weinstephan ist seit dem Jahr 2000 eine weitere Tochter der Unternehmensgruppe Theo Müller. Am ehemaligen Standort des Unternehmens am Weinstephaner Berg wurden bereits 1021 in Freising durch das Kloster Weinstephan Milchprodukte hergestellt. Die Molkerei Weinstephan verließ im Jahre 1998 den Weinstephaner Berg und produziert seitdem in einer neu gebauten Molkerei auf dem Gelände des ehemaligen Schlütergutes. 1803 wurde das Kloster aufgelöst und in einen landwirtschaftlichen Betrieb umgewandelt. In den folgenden Jahren wurden innerhalb der Molkerei 1852 eine königlich-bayerische landwirtschaftliche Zentralschule, 1876 eine Molkereiversuchsstation und 1898 eine königlich-bayerische Molkereischule eingerichtet. Im Jahr 1923 wurde der Betrieb mit mehreren anderen Einrichtungen in die süddeutsche Versuchs- und Forschungseinstalt für Milchwirtschaft eingegliedert. 1967 wurde die Molkerei verstaatlicht und somit Wirtschaftsunternehmen des Freistaats Bayern, wobei der Freistaat 78,3 Prozent und den Rest die damalige Viag AG übernahm. Während der staatlichen Kontrolle des Unternehmens wurde dieses 1994 zunächst in eine GmbH umgewandelt und zwei Jahre später als Aktiengesellschaft an der Börse notiert. Im Jahr 2000 übernahmen die Molkerei Alois Müller zu 75 Prozent und das Familienunternehmen Hofmeister Champignon zu 25 Prozent die Molkerei Weinstephan. Die Hohmann Feinkost GmbH wurde 1876 von Fritz Hohmann als eine Fleisch- und Wurstwarenfabrik in Dissen am Teutobürgerwald gegründet, wo er einige Jahre später auch in die Margarine-Produktion einstieg. 20 Jahre nach der Gründung führte die Expansion der Margarine-Produktion zur Einstellung von Produktion und Vertrieb der Fleisch- und Wurstwaren und Hohmann-Feinkost erweiterte sein Sortiment um Feinkostsalate, Fischfeinkost, Remouladen, Brotaufstriche, Dressings und Würzsausen. Infolgedessen eröffnete das Unternehmen 1961 sein erstes Feinkostwerk in Dissen sowie 1993 eine der modernsten Salatfabriken Europas. 2007 übernahm die HK Food-Gruppe unter der Leitung von Heiner Kamps die Hohmann Feinkost und erweiterte das Portfolio durch die Übernahmen der Muttergesellschaft der Hamker-Gruppe. Des nordeuropäischen Geschäftsfelds der englischen Unternehmensgruppe Unik Feinkost GmbH sowie der Weser Feinkost und Rügen Feinkost GmbH. Nachdem Theo Müller 2010 Mehrheitsanteilseigner der HK Food-Gruppe geworden war, kam es im Juni 2011 zur Eingliederung der Hohmann Feinkost in die Unternehmensgruppe Müller. Heiner Kamps übernahm als CEO die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe. 2021 verkaufte Müller die Hohmann Feinkostsalerte und schloss das Werk in Dissen. Unter der Marke Hohmann werden weiter Sausen und Dressings produziert. Die Unternehmensgruppe produziert auch Milchprodukte für mehrere große Einzelhandelsketten unter deren Handelsmarken. Auch ohne direkte Angabe des Herstellers lässt sich die Herkunft anhand der Veterinärkontrollnummer ermitteln, die mit denen der Stammhäuser Sachsenmilch SN 016 und Alois Müller bei 718 11 übereinstimmt. Folgende Handelsmarken werden nicht ausschliesslich von Sachsenmilch oder Alois Müller hergestellt. Biak Aldi Süd Probiotischer Fitnessdrink Desira Aldi Süd Joghurt Milchreis Buttermilchdessert Kefir Grazil Aldi Nord Joghurt Drink Gutes Land Nettomarkendiscount Frischkäsezubereitungen Kefir Milchdrink Gut und günstig Edeka Buttermilch Hofburger Aldi Nord Gouda und Mastermarkäse Ja! Rewe Buttermilch K-Classic Kaufland Sahne Milchreis Landfeind Norma Buttermilchdessert Milbona Lidl Butter und Goudakäse Milfina Aldi Süd Butter Milza Plus Biak Aldi Nord Joghurt Milzani Aldi Nord Haarmilch Joghurt Sondner Sondner Grazil Aldi Nord Joghurt Ursi Aldi Nord Sahne Milchreis Pudding Kritik Genmilchdebatte Im Frühjahr 2004 liest der Konzern eine Umfrage des Greenpeace-Einkaufsnetzes zu Gentechnik im Essen anfangs unbeantwortet, bis er im April 2004 über seine Anwälte eine Stellungnahme abgab, die Unternehmensgruppe habe alles in ihrem Einflussbereich mögliche getan, um den Einsatz von gentechnisch verändertem Tierfutter auszuschließen. Ungeachtet dieser Aussage fand Greenpeace in Futtermittelstichproben bei vier Höfen, die Müllermilch beliefern, einen erheblichen Anteil genetisch veränderter Soja. Seither bestreitet Müllermilch nicht mehr, dass im Futtertrog der Milchkühl gentechnisch verändertes Futter landen kann. Müller verweist dabei auf die Verantwortung der Landwirte bezüglich Herdenmanagement, zudem auch die Art der Fütterung gehört. Bei Protesten der Umweltschutzorganisation vor den Firmenzentralen kam es mehrfach zu gewalttätigen Übergriffen des Sicherheitsdienstes und des Firmeninhabers Theo Müller selbst. Der Firmenchef wurde daraufhin zur Zahlung von 45.000 Euro verurteilt. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts OLG, Köln dürfen die Produkte des Konzerns weiterhin als Genmilch bezeichnet werden. Vertreter der Molkereibranche halten dem jedoch entgegen, dass der Begriff Genmilch unzutreffend und unzulässig sei, weil er fälschlicherweise den Eindruck erwecke, die Milch selbst sei gentechnisch verändert. Tatsächlich würden aber lediglich bei der Tierfütterung teilweise gentechnisch veränderte Pflanzen verwendet, was ohne jede Auswirkung auf die Milch bleibe. Fünf Wissenschaftler hätten das in einem gemeinsamen Grundsatzpapier erklärt und bestätigt. Laut einer Ennid-Umfrage 18 im Januar 2005 sollen 70 Prozent aller deutschen Verbraucher den von Greenpeace eingeführten Begriff Genmilch für irreführend halten. Nach einem fast vierjährigen Rechtsstreit um die Verwendung des Begriffes Genmilch verwarf der Bundesgerichtshof am 11. März 2008 die Revision von Müllermilch. Greenpeace darf daher weiterhin Müllermilchprodukte als Genmilch bezeichnen. Eine Verfassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung wurde vom Bundesverfassungsgericht nicht angenommen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland kritisierte in seinem Papier Müllermilchmelkt Steuerzahler. Das Unternehmen, weil es für die geplanten Arbeitsplätze in einem neuen Werk Subventionen erhalten, an anderer Stelle jedoch zwei Werke geschlossen habe, bei denen 165 Arbeitsplätze wegfielen. Insgesamt wurden zunächst tatsächlich mehr Arbeitsplätze abgebaut als geschaffen. Die Fördermittel der EU und des Landes Sachsen betrugen rund 70 Millionen Euro. In den folgenden Jahren investierte die Unternehmensgruppe Theo Müller jedoch rund eine Milliarde Euro in den sächsischen Standort und schuf hunderte neue Arbeitsplätze. Heute arbeiten knapp 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am größten Standort der Gruppe in Lepersdorf. Im Frühjahr 2008 kamen Vorwürfe auf, dass die Molkerei Müller unter der Führung von Theo Müller durch Druck auf hunderte in der Milcherzeugergemeinschaft organisierte Landwirte versuchte, die Preisverhandlungen über den Milchpreis zu beeinflussen. Bei den Verhandlungen zur Vertragsverlängerung hatte sich gezeigt, dass die MEC auf eine Verkürzung der Vertragslaufzeiten zwischen der Molkerei und den Lieferanten setzte. Die Molkerei hatte bis dahin allen Bauern den im abgelaufenen Vertrag vereinbarten Milchpreis weitergezahlt, der rund 11 Cent pro Liter über den Preisen auf dem freien Markt lag. In der MEC organisierte Milchbauern wurden von der Firma Müller angeschrieben und zum Austritt aus der MEC aufgefordert. Ein vorgefertigtes Austrittsschreiben war dem Brief bereits beigefügt. Im Falle eines Verbleibs in der MEC wäre den Landwirten der Spotmarktpreis bezahlt worden. Nach massiven Protesten einiger in der MEC organisierten Milchbauern gegen diese Vorgehensweise am Standort in setzte Müller die freiwillige Weiterführung des Milchabnahmevertrags bei einigen Milchbauern aus. Aus den Reihen der Milchbauern gab es daraufhin Kritik am Vorgehen der MEC. Ihre führende Markenbezeichnung Mit dem Erwerb der ehemals staatlichen Molkerei Weinstephan im Jahre 2000 erwarb die Unternehmensgruppe Theo Müller auch die Marken- und Namensrechte vom Freistaat Bayern. Entsprechend wurde bis ca. 2008 sowohl auf den Etiketten als auch auf der Website die Bezeichnung staatliche Molkerei Weinstephan Verwendet Außerdem war auf den Verpackungen werbewirksam das große bayerische Staatswappen abgebildet, dessen Verwendung durch Privatpersonen und zu kommerziellen Zwecken durch Gesetze eingeschränkt ist. Kritiker reklamierten, dass damit bei den Verbrauchern der irreführende Eindruck erweckt wurde, dass es sich bei Weinstephan nicht um ein Privatunternehmen, sondern weiterhin um ein staatliches Unternehmen handele. Die Kritik richtete sich am Ende gegen den Staat als Verkäufer. Am 23. August 2011 forderte die agrarpolitische Sprecherin der bayerischen SPD-Landtagsfraktion, Maria Nüichel, dass der Firma Molkerei Müller die Verwendung des bayerischen Staatswappens zu untersagen sei. Es sei schon bei Verkauf der Molkerei ein Fehler gewesen, die weitere Verwendung von Namen und Wappen zu erlauben. Zwischen 2006 und 2009 kam es zu Diskussionen zwischen dem Unternehmen und Anwohnern Lepersdorfs und umliegender Ortschaften wegen des Baus eines Ersatzbrennstoffheizkraftwerks zur Energiegewinnung für den eigenen Standort. Am 10. Dezember 2006 wurde zu diesem Zweck ein Bürgerentscheid über die Änderung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet Lepersdorf durchgeführt. Die Bürger der Gemeinde Wachau zu der Lepersdorf gehört, stimmten mit 65,5 Prozent gegen die Änderung. Befürworter wiesen auf die hohen Umweltstandards in Deutschland sowie die Sicherung des Standortes und der damit verbundenen Arbeitsplätze hin. Kritiker warnten dagegen vor einem erhöhten Ausstoß giftiger Substanzen beim Verbrennen von Müll. Des Weiteren wurde eine erhöhte Lärmbelästigung befürchtet. Im April 2009 stoppte Müllermilch die Kraftwerksplannungen und machte das Bürgerbegehren somit gegenstandslos. Im Juni 2012 verteilte die Landesdirektion Sachsen die Genehmigung zur Errichtung eines Gas- und Dampfheizkraftwerkes auf dem Betriebsgelände der Sachsenmilch. Die Investitionshöhe beläuft sich auf rund 50 Millionen Euro. Baubeginn war im Sommer 2012, die Inbetriebnahme fand im Mai 2014 statt. Ende Juni 2017 wurde vom Aufsichtsrat der Theo-Müller-Gruppe beschlossen, den Stammsitz der Hohmann Feinkost GmbH in Dissen bis 2020 aufzugeben und stattdessen einen neuen Standort in Lepersdorf zu errichten. Auch in Bad Essen, Bottrop und Floseligenthal sollten die Werke geschlossen werden, sobald der Neubau in Betrieb geht. 1.550 Mitarbeiter waren betroffen, 1.000 davon in Dissen, in Lepersdorf sollten hingegen 800 neue Arbeitsplätze entstehen. Es gab Bedenken, dass für die Verlagerung Subventionen bezahlt werden könnten. Mitarbeiter bei Hohmann gingen davon aus, dass viele Mitarbeiter schon vor 2020 das Unternehmen verlassen würden. Nähe zu rechtsextremen Parteien Seit Jahrzehnten sehen Theo Müller und das Unternehmen sich Vorwürfen ausgesetzt, Kontakte zu rechtsradikalen Parteien zu unterhalten und diese finanziell zu unterstützen. Gerüchte aus schwarzen Kassen würde die neonazistische damalige NPD, heute Partei Die Heimat, unterstützt, wurden teilweise als Kettenbrief verbreitet, wurden vom Unternehmen aber in Pressemitteilungen dementiert und konnten nie verifiziert werden. Gegenüber dem Handelsblatt gab Theo Müller 2023 an, regelmäßigen Austausch mit der AfD-Politikerin Alice Weidel zu pflegen, uhrer bei einem privaten Abendessen in Cannes. Er bestätigte zudem, dass dies weder das erste, noch das letzte Treffen gewesen sei. Bei den Gesprächen mit Frau Dr. Weidel galt mein Interesse dem Programm der AfD sowie ihrer persönlichen Ansicht zur aktuellen Politik, so Müller. Er betonte allerdings, dass das Treffen auf privater Basis stattgefunden habe und er die AfD dabei nicht mit Spenden unterstütze. Auch habe er keine Anhaltspunkte gefunden, die auf eine NS-Ideologie schließen ließen, welche für ihn ein absolutes No-Go sei. Kommentare sowohl in der Jungen Freiheit als auch im Spiegel sahen in dem Treffen eine neue Qualität von Kontakten der Wirtschaft mit der Partei. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe solidarisierten sich Nutzer, die überwiegend dem rechten Spektrum zuzuordnen waren, in sozialen Netzwerken öffentlich mit dem Unternehmen und riefen zum Kauf der Produkte auf. Der Münchner Mercur sah in einem Video, in dem ein als stramer Patriot, charakterisierter junger Mann fünf Flaschen Müller-Milch trinkt und sich daraufhin schwallartig übergibt, eine neue Qualität erreicht, die zuvor nur im Kulturkampf US-amerikanischer Prägung üblich gewesen sei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017